wm Kuhle, die nehme ich mit Dankeschön Bitte sehr. Na, da oben tanzen wir Spinnen rum. Oh. Da oben. Oh, Entschuldige. Kein Problem. Ich dachte nur im ersten Moment, es wäre... Monster. Ich bin doch ein Monster. Oh, wir haben jetzt gut Vorrat. Angefärf. Ah. Wir dürfen aber jetzt hier nicht drauf gehen. Ne? Ja, nein, das wäre nicht gut. Oh, meine Blase ist wieder voll. Aber du kannst schneller drauf gehen als die beiden. Bei mir ist es nicht nur Monster, auch Lava. Oh, boah. Oh. Aber uns ist auch hier und da schon mal Lava. Willst du mal hier hochsteigen? Ich mach auch die Kohle hier noch weg. Dann können wir noch hier hochbuddeln, oder nicht? Okay. Ich fang an. Ich bin ja mal gespannt, wo wir dann rauskommen. Ich auch. Hoffentlich in der Nähe des Hauses. Ich glaube, den Gefallen kriegen wir nicht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Mitten im Wasser. Das wäre natürlich auch total nulis. Ist uns aber auch noch nicht oft passiert, dass wir mitten im Wasser ausgekommen sind. Bestimmt. Ich folge dir gleich hinterher. Ich muss nur... Ich mach nur den Eingang hinter mir zu, ein bisschen so, dass keiner folgen kann. Nee, bist du beglaubt, wenn das Wasser oder Lava rauskommt. Dann haben wir ein Problem. Mach bitte, mach bitte da frei, weil... Ich will aber schon Kür. Du hast Kür? Ich auch. Okay. Okay. Wir waren schon tief. Ja, raus. Juhu. Tadam, tadam. Boom. Und? Unser Haus in der Nähe? Aber kann nicht weit sein, ne? Direkt neben einer Kuh. Eigentlich müsste das dahinter sein. Bisschen Fleisch. Da ist noch eine Kuh. Komm, wir müssen uns beeilen. Wir haben Nacht. Ja, ich werde schon angegriffen. Deswegen komm. Mein Schwert ist kaputt. Habe ich dich. Na komm, schnell. Ja, warte mal. Ich muss gerade ein paar Sachen wegschmeißen. Ja, ich auch. Wo bist denn du? Ja. Kommst du dann? Ja. Ja, ja, ja. Da kann ich jetzt nicht dran vorbeigehen. Ich zieh dir mal rein, wie viel Kohle und wie viel Eisen hier noch ist. Ja, das hängt wieder. Nein, ich bin im Wasser. Warum bin ich im Wasser? Wo bist denn du? Wow. Ja. Wie geil. Ich komme, was hier auch noch an Kohle ist. Das müssen wir doch mitnehmen. Ja, eben. Wenn du uns hast, wenn das nicht unser Verhängnis sein wird. Ich hoffe mal nicht. Viel weiter werde ich doch gar nicht reingehen. Aber das müssen wir uns merken. Kann ich den Atten vielleicht aufschreiben? Weil die Höhle sieht interessant aus. Minus 128, minus 18. Hast du irgendeinen Stift? Moment. Ich muss aufschreiben. So, was aufgeschrieben. Sehr schön. Kommt mir sogar ein Huhn entgegen. Hm. Das möchte sich opfern. Mhm. Habe ich keinen Platz mehr? Nein, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe aufgesammelt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es aber wieder zurück. Machen wir es auf einen Rückweg. Hm. Hast du die Koordinaten ja aufgeschrieben? Ja, aber ich muss. Du hast ja aufgeschrieben, ne? Ja. Wo geht's raus? Ist aber falsch hier, oder? Ja. Aber ich mache es ruhig. Ich habe noch ein bisschen Kohle. Ich habe noch ein bisschen Kohle. Aber du kannst doch nichts mehr aufführen. Kann ich nichts mehr? Oh? Kannst du das machen? So. Ein bisschen kann ich noch. Oder? Ja, kann ich. Gut, I know, good, I know. Da wird doch rum. Na, hier gibt es auch jede Menge. Wo bist du jetzt? Oben. Oben. Wo oben? Drauf. Drauf oben? Ja. Ah. Hinter dir bin ich. Ich bin hinter dir. Ah, da. Okay. Uh, und da. Guck mal. Ah, Caramba. Weiter jetzt. Okay. Ah, da spinnt schon wieder. Aufgang. Mist, da ist. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Wo bist du? Bist du schon wieder irgendwo hängen geblieben? Ja, das bleibt zwischendurch mal hängen. Da. Da bin ich. Dann sehe ich nichts mehr und deswegen. Na, na, na. Hey. Hey, hey, hey. Wow. Kann ich da runter tampen? Oh, hier waren wir schon mal. Cool. Für Gas. Ist das nicht da, wo wir... Wow. Ja, das ist hier in der Nähe von uns. Na, hier waren wir schon mal. Mhm. Da sind Fallbrücken. Hey. Hab ich keine Fallen anhaben? Nein, 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 nein. Was machst du? Ah. So, wo bist du jetzt? Wir müssen wir lang? Ja. Ja. Das bleibt manchmal so gemein hängen. Jump, 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 jump. So, ich bin hinter dir. Ja. Bisschen gleich von unserer Burg sehen. Ja, eigentlich schon. Ja, da ist er doch. Ja. So, schnell rein. Ist er bei dir schon zu Hause? Nein. Nein, immer noch in diese Höhle. Zack, aus. Gehst du hinter mir rein? Ja. Ja, dann lasse ich auf. Boah, ich muss sowas verdrängen. Pip, pip. Ja, dann muss ich jetzt mal alles ausladen. Boah. Und mein Weizen wächst und wächst und wächst. Und mein Weizen wächst und wächst und wächst. Ja. Jam, 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 jam. Ja, jetzt knall ich mal die Öflchen voll. So. Ich empfiehle Kohle. Miete viele Cola. So. Leider wieder keinen Diamant gefunden. Also ich zehn Stück aus zehn habe ich direkt verbraucht für Diamantenspezakel. Um Oxidium abzubauen. Zwei Stück hab ich schon abgebaut. Ich muss mal Pipi. So. Dann werde ich jetzt meine Sachen auch mal alle wieder weg tun. So. Cola haben wir wieder schön was. Ähm. Okay. Okay. Sand. Tirol. Was haben wir jetzt hier noch? Sand. Alles wieder schön wegpacken. Da haben wir was. Okay. Nein. 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 Jetzt haben wir noch ein paar Stein jetzt. Ich habe auch keinen Helm mehr, will ich später noch einen Helm machen. So, jetzt mach ich das alles wegbringen, so und so, Lapisla, das hol ich mit, ja dann haben unsere Sachen schon mal weg, komm schon zusammen, schieben, so, du wirst mal reichen, geh weg, sonst ist es gefährlich, runter, so, ich konnte auch viel Kohle sammeln, echt gut, den Platz müssen wir uns echt merken, ich bin Level 27, ja, ich bin Level 30, aber ich kann leider nichts verzaubern, weil ich keinen Diamant habe, das finde ich schade, aber da kann man halt nichts machen, hm, hm, da ist jemand am kämpfen, warte, die du wirst, ja, aber, danke schon, wo warst du denn, meinst du, wir schaffen es noch, was abzuholen, ich glaube nicht, hm, Gigo, was denn, schaffen wir es noch, die Sachen abzuholen, ich weiß ja gar nicht, wo er war, x 198, z minus 198, z minus 276, man kann es versuchen, ne, willst du es versuchen, ne, willst du es versuchen, ja, dann lass mal versuchen, in die Richtung zu kommen, ja, laufe ich dir hinterher, ich hole mir noch schnell was zu essen, also x minus 200, oh, ich muss mir gerade noch schwer zu machen, ich